Behutsam fließt eine Idee durch dein Pinsel auf das Blatt Papier. Du formst die Idee, bis aus ihr ein Kunstwerk wird. Pinsel sind wie treue Wegbegleiter. Wenn du achtsam mit ihnen umgehst, können sie über lange Zeit Teil deiner künstlerischen Reise sein. MUYU ist unsere neue, handgefertigte Pinseltasche aus 100% nachhaltigen Naturstoffen. Sie bietet viel Platz für Pinsel, Stifte und Feinleiner. Ja selbst für Häkel und Stricknadeln und Kosmetikzubehör eignet sie sich. Einmal eingerollt begleitet dich MUYU überall hin. Auf Reisen, ins Atelier, in die Uni, ins Café oder in die Natur. MUYU ist eine Gemeinschaftskreation und verbindet Textilkunst mit Malerei. In kleinen Auflagen erschaffen wir, Jola und Nora, einzigartige Pinseltaschen mit viel Liebe zum Detail. Für das Innendesign hat Nora in ihrem Atelier einen Pflanzenmotiv gemalt, welches später auf Bio-Baumwollstoff gedruckt wurde. Für die Außenseite hat Jola passend zum Bild ein Stoffdesign entwickelt und per Hand gewebt. Du möchtest wissen, was MUYU bedeutet? MUYU bedeutet Samen auf Quechua. Es ist der Samen, den du in die Erde setzt, wenn du kreativ bist und deine Ideen zum Leben erwächst. Psst! MUYU ist das perfekte Geschenk! MUYU ist das perfekte Geschenk!